war meine freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen neuen video ja ich habe was freigeschaltet auf tik tok ich habe jetzt auf tik tok die live funktion freigeschaltet das heißt dort werde ich auch live gehen auf tik tok das heißt ich spiele da auch mehr mit der community und mache da mario kart oder auch animal crossing das möchte ich hier noch mal ganz klar sagen und er wäre natürlich der meinung ist weil sie das gegnerin zu folge bitte ich habe davon licht ich mache jetzt einfach nur aus das von mir geht es nicht um das geld oder sonstiges mir geht es einfach bei der art und weise darum dass man noch einiges besser machen kann und auch werde so das heißt auch mehr für so zusammenhalt werben weniger computer community spaltungen weniger hier community spaltungen mehr für zusammenhalt weniger gegeneinander so das heißt auch dass ich möchte dass wirklich mehr friednis so und alle anderen die jetzt auch im vorfeld auf meinem kanal dort auch dort gesperrt sind die bleiben dort auch gesperrt das hat seine gründe ich möchte auf niemanden irgendwie eingehen oder sonstiges es ist meine entscheidung und die steht und da ist auch nichts mehr dran zu rütteln ich möchte das einfach nicht mehr das habe ich gesagt und ich habe auch gesagt es hat wirklich neuerungen kommen neue verbesserungen ja und das ist so das mache ich jetzt und ja es kommt auch dort gut an was ich mache gehe ganz anders mit den leuten um freundlicher auch es ist lustig es macht machen nach langem auch mal wieder spaß muss ich dazu sagen so und ja ich finde das sehr sehr schön wie das momentan überhaupt auch für mich läuft auch mit neuen bekanntschaften wie und was ja für mich hat einfach eine neue ära angefangen und es wurde auch einfach zeit dass sich diverse dinge einfach auch ändern werden langfristig ich kann mich anderen menschen langsam wieder öffnen und das ist auch ganz gut so ich werde mich mehr wie live mäßig auch um kontakte kümmern nichtsdestotrotz werde ich meine leute hier die auch meine kanäle und alles unterstützt haben das möchte ich jetzt auch noch mal ganz klar sagen die die werde ich natürlich nicht vergessen so wie soft oder auch buggy und auch sonst wen die immer zu mir gehalten haben egal was gewesen ist das möchte ich jetzt ja auch noch mal sagen und die nicht nur immer zu mir gehalten haben die immer mir geglaubt haben die immer an mich geglaubt haben und auch immer gesagt haben dass sie mir glauben und wissen dass ich bei sachen bei vor allem bei straftaten und was dass ich da nicht lüge mir ist immer wichtig dass die leute wissen dass die welt auch überhaupt auch der umgang nur funktionieren können wenn man auch ehrlich und aufrichtig ist auch zu seinen fehlern steht dass man sie macht ich finde es nicht schlimm ganz im gegenteil ich schätze die menschen mehr die halt auch die wahrheit sagen und nicht nur die wahrheit sagen sondern ja auch zu dessen stehen was sie tun so und ich brauche keine menschen die halt neid auf den auf meine person hegen und was ich gönne jedem seinen erfolg auf seine weise aber ich stehe halt nicht für diese unehrliche kacke einfach und dementsprechend ja ich hätte nicht gedacht dass ich die funktion freigeschaltet bekomme muss auch ehrlich sagen ich habe da auch nicht so darüber nachgedacht ich habe einfach nur gemacht und gibt aber das ist immer so auch was ich sage das sind sachen die entwickeln sich mit der zeit und es ist immer besser wenn man seine sachen ohne support auch selber macht weil dann hat man auch weniger tote follower so und das ist halt meine erfahrung so sehe ich es tatsächlich und ja ganz ehrlich ich möchte das einfach nicht mehr ich möchte einfach auch mal glücklich sein in diesem leben und ich mag das einfach nicht ehrlich ich bin hinter all dem gekommen und weiß auch wer mit wem kontakt hat das möchte ich hier kurz auch noch mal anschneiden ich weiß was sache ist und ich weiß was los ist ich weiß das alles und ich habe da auch wirklich keine angst vor die wahl zu sagen ich weiß dass sie meistens mal gehört dass das meint man dem manchen da pieken tut aber was bringt es wenn ich in einer lüge lebe und mir selber in die tasche lüge das muss man einfach sagen mir ein ja weiß ich nicht ich verstehe sowieso nicht wie manche menschen in so einem gefakten leben sich dann noch wohlfühlen wollen dass es den angeblich guttut und und was ich verstehe das nicht und ich glaube das wird auch eine sache sein was ich auch nie wirklich verstehen werde dass das werde ich auch nie verstehen können dass das stelle ich immer wieder fest und ich stelle auch immer wieder fest dass einige menschen das wir brauchen ich möchte nur noch mal dazu sagen die sfs uv gruppe steht dafür nicht und auch das wird wieder aktiviert ja auch das wird wieder aktiv das ist eine streamer gemeinschaft ohne verpflichtungen kurz gesagt also streamer vor streamer ohne verpflichtungen und auch dort hingehend kommen auch nur gewählte leute rein die sich zu benehmen wissen die auch wissen wie man mit menschen umgeht das möchte ich hierbei noch mal ganz klar erwähnen so leute die natürlich mit menschen nicht umgehen können und auch scheiße mit der community langfristig gesehen umgehen sehe ich es nicht die auf meine community zu lassen oder auf sonst wen zuzulassen es gibt halt menschen sei kann ich immer nur wieder sagen die sind gefährlich die sind gefährlich und die sind nicht nur gefährlich so ich möchte einfach dass die dinge wirklich deutlich anders werden ich unterstütze auch wie ich kann und ich werde auch immer wieder diverse aktionen machen so verhält sich das auch auf meinem tik tok dass ich definitiv mehr dafür sorgen werde dass da auch mal den leuten was gutes getan wird ich rede ja immer davon und ich rede ja nicht nur davon ist es einfach ein geben und nehmen und das will ich auch so umsetzen das heißt auch dass da auch mal das eine oder andere mal auch vielleicht eine schatztruhe ist oder auch mal spiele case oder was auch immer an kleinen geschenken für meine community drin sein wird weil das ein geben und nehmen darstellen soll es ist immer ein geben und nehmen es ist ja auch so die zeit die man in meinen sachen investiert oder auch schaut das investiert ihr ja auch zeit und auch euren support und für die unterstützung meines kanals überhaupt meiner kanäle so und das möchte ich einfach nur mal ganz ehrlich sagen viele nehmen das viel zu selbstverständlich egal wie große sind und ich finde das nicht selbstverständlich wenn leute in meine inhalte zeit investieren einfach mehr in den dingen wertschätzung finden die leute die gut sind auch wert schätzen weniger das toxische schätzen denn das toxische ist einfach nichts mehr wert ich möchte das ganze komplett das ganze system hier auch bei mir komplett umbauen und nicht nur umbauen also es sind wirklich große veränderungen in planung und ich habe ja auch gesagt dass ich euch auch mitnehmen werde zu meinem eigenen ersten urlaub wo ich auch wirklich weg pflege und so und auch das wird kommen es sind diverse planungen da ich muss halt nur gucken wie ich das plane wie ich das kalkuliere und und um möglichst nicht wieder in neuen schwierigkeiten reinzukommen so dass es mir nicht unbedingt schlechter geht man muss halt gucken also das sind ja auch sachen wo man ganz genau überlegen muss was man da macht wie man was macht und ja es sind halt einfach auch so sachen wo ich mir einfach auch so denke wenn man da auch nicht mehr darüber nachdenkt dann kann das nicht funktionieren dann habe ich vor noch diverse andere sachen noch für die community zu stellen sei es irgendwie auch gameserver oder sowas die man besuchen kann da müsste ich auch dann gucken dass ich dann noch diverse leute für diverse bereiche ran kriege die dann auch dieses server dann auch betreuen wenn dann irgendwie was ist oder so dass dann auch ein supporter ist wenn da irgendwie probleme sind oder 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 kann ja immer irgendwas sein dass dann zuschauer da auch spielen können ja ich habe da einiges an aktionen und solidaritäts aktionen vor so dass halt auch mal was ganz komplett anderes wird ich sag ja immer ich stehe für zusammenhalt und auch für sachen die man zusammen macht und das fängt halt auch damit an indem man auch mal was zusammen spielt mit der community und nicht irgendwie der meinung ist man ist sonst wer das hat damit nichts zu tun menschlichkeit hat einfach auch damit was zu tun indem man nicht nur für zusammenhalt wird sondern auch diese auch so umsetzt und sei es auch dass man was für die community macht oder auch für die community da ist und nicht irgendwie darauf aus ist zufußquellen daraus zu ziehen bin ich nicht aus drauf klar mag ich meine zuschauer alle immer gleichwertig das sage ich so wie es ist egal wer was viel spendet für mich muss ich einfach sagen sind im prinzip alle menschen gleich so es wird keiner irgendwie überbewertet es wird keiner wie besser oder schlechter behandelt es werden alle gleichwertigen prinzip behandelt und ist prinzip das prinzip ist halt auch dass man natürlich dann auch entsprechend auch nicht nur alle gleich behandelt werden so das heißt auch wenn jemand irgendwie sich nicht gut benimmt oder was auch immer dann kriegt er natürlich auch die gleichen strafen wie alle anderen auch es ist gleichberechtigung und es wird hier immer fairness sein das möchte ich hier einfach auch noch mal sagen es werden alle prinzipiell gleich und fair behandelt es sei denn man kommt mir blöd was sicherlich schon einige mitbekommen haben ja also es wird auf jeden fall eine ganz andere ära es werden auch noch mehr videos kommen und ich werde auch urlaub machen und ich werde euch auch mitnehmen und ich werde euch auch mitnehmen ja zu meinem ersten flug ja ich bin ja meinem leben noch nie geflogen das habe ich euch ja auch gesagt ich habe noch nie in meinem ganzen leben im flugzeug gesessen dementsprechend könnt ihr euch darüber amüsieren wie der agent sich im flugzeug in die hosen scheißt ja ich sage das gerade auch mit einem grinsen weil für euch wird das offener weise lustig werden ich weiß nur ich habe angst in der höhe ich habe höhenangst ich weiß nicht ob mir dann zum lachen zumote sein wird weil ich wirklich noch nie geflogen wird geflogen bin dementsprechend ist habe ich da wirklich auch muffe so bei dem gedanken aber wenn man halt auch bedenkt dass das dann urlaub ist wo man dann auch mal komplett weg ist von der heimat weg von dem ganzen stress das will ich auf jeden fall noch machen ich habe auch da eine gute seite gefunden wo man auch urlaub gut buchen kann was auch nicht unbedingt so extrem steuer ist und ja aber das ist eine andere sache vielleicht zeige ich euch diese seite mal ich weiß es allerdings nicht das lasse ich noch so ein bisschen in den stern fragt ist auf jeden fall ich werde euch da mitnehmen und ja wir werden dann auch angie mallorca besuchen die habe ich ja auf tik tok auch kennengelernt sie bietet hat diverse reitausflüge an und auch andere sachen und ja ich habe auch dort hingehend große pläne ich will gucken dass aber da muss ich mit ihr selber dann noch mal sprechen ihre colorhouse ranch also colorhouse ranch hat auf jeden fall eine menge menge potenzial es lohnt sich da auf arbeitest schauen ich kann es also sieht da echt cool aus ich habe da bislang noch nicht urlaub machen können aber guckt auf jeden fall in ihren tik tok lives rein total lieb muss ich sagen die frau tschuldigung leute die frau gute dame hat auf jeden fall erfahrung die gute frau in vielen vielen dingen und ich sage kann es auch nur immer wieder sagen was wären wir jungen menschen ohne diese erfahrenen menschen die schon so viel im leben an erfahrung sammeln konnten und uns jungen leuten die erfahrung weitergeben konnten so damit verabschiede ich mich jetzt erst mal und sagt aber bis dann bis dann